Zweites Konter nach eigener Standard und das dritte wieder in den Standard. Da waren sie halt immer den Ticken aggressiver, schneller, besser. Und wir waren dann in unseren Offensivaktionen halt heute, heute, und das hat uns ein bisschen ausgezeichnet, heute eben nicht so konsequent, so geradlinig, um ein Tor zu erzielen. Wir haben die Riesenchance von Kolo erste Halbzeit, aber auch er kann und darf mal eine Torchance vergeben. Wir haben dann mit Jesper das Gleiche, wo wir halt dann zu zögerlich sind, zweite Halbzeit. Ja, habe es gesehen, ich denke auch einen Elfmeter hätten wir bekommen dürfen, wenn nicht sogar müssen. Und dann fährt man jetzt mit 3-0 nach Hause, tut weh, aber wir werden uns nicht umwerfen, sondern wir werden unsere Lehren daraus ziehen, wir werden unsere Themen, die es gibt, speziell bei Defensivstandards, das zieht sich ja auch ein bisschen durch, aufarbeiten und versuchen zu verbessern, um dann eben möglichst schnell wieder einen Sieg einzufahren. Danke.